Die EKZ-Gross-Tour gefällt mir, dass wir über die ganze Saison Rennen haben mit einer super Qualität, die perfekt organisiert sind. Dass sie die Schweiz ist und so nah ist. Man muss nicht 8 Stunden Autofahren bis auf die Belgien. Es ist eine andere Strecke und es ist eine gute Konkurrenz. Es ist schon immer gut organisiert. Es gibt immer sehr schwierige Parcours. Es gibt auch viele Parcours, dass es auf der Physik und Technik geht. Es ist immer ein Spaß hier. Für uns ist es natürlich immer ein Familienanlass, dass Kinder mitkommen. Die Einten schlafen schon hier im Wohnmobil. Je nach Wetter und Strecke und wie es organisatorisch geht, fahren die Einten oder alle. Wir haben dann das Kinderrennen mit. Und dann sind sie mittlerweile alt genug, dass man es alleine an der Strecke rumhassen lassen kann. Die haben auch immer den ganzen Tag das Riesenfest. Es ist immer toll, hierher zu kommen. Es hat echt zwei Schäden, die dabei sind. Die Einten sind in der Karcours. Die Riesenkrieg ist in der Karcours. Die Riesenkrieg ist in der Karcours. Die Riesenkrieg ist in der Kürze. weil es hier gerade keine Energie gibt.